Sehr gut. Ich möchte ein Lob. Sehr gut. Ah. Also links drüben auf der anderen Seite sind noch einige Zombies und noch einer mit einer Knifter. Wenn nur die nicht schon weg habt. Also den habe ich erledigt. Der stand hier unten rum, der hat mich gar nicht gerallt. Äh. Na, da machen wir uns gut so drüber. Und die Kanone, die hat die letzte liegen. Oh oh. Was, die Kanone lasse ich liegen? Natürlich. Damit ihr Wunen habt. Gut. Ich bin doch hier der Vollwohn. Na, kann da eigentlich nicht so. Oh, da kommt was Großes. Ach, schluss. Warte, 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 warte. Verschwinde nicht deine Moon. Bitteschön. Warte. Geh mal vor. Bitte. Nachteil ist, dass wenn du stirbst, ist es echt jedes Mal wieder am Anfang des Levels. Ja, allerdings. Deswegen hast du ja die ganzen Pseudo-Checkpoints. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich brauche einen Hammer. Ah, einen Hammer. Ich nehme auf den Hammer. Ist mir egal. Waffe. Waffe. Ready? Psycho-Dead. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt haben wir wieder einen neuen Checkpoint nämlich. Oh, hier liegt ein Kniften rum. Ahh. Warte, ich kriege auch einen. Boah, D70. Warte, wie bist du? Warte vom Server gekickt. Geil. Und. Unbekannte Channelüberfl ink였娘? Overflow. Realizable Channeloverflow. Ja, allerdings. das ist blöd nicht ich will meine meine mieter knifft aufs platte dass jetzt hier so toll dran macht ja du hast hier eine knifte liegen lassen hier unten direkt am startpunkt ich halte mit der funzel drauf das war ich nicht dann ist sie vielleicht erschienen als du gejoint bist die frage ist wo bist du das ist noch eine art barretta mit berg ruf eine barretta mit üben hallo ist der vp 70 ich mach ich mach die nacht gut bei der glock das ist das hat mich gerade besprochen ja verschwindet nicht eurem bau nein jetzt habe ich meine mun verschwendet weil ihr eure mun verschwindet habt oh mein gott ich habe hier so eine übelst dicke kniffte mann magazin rum d345 also für meine glock die ich hier habe ich nicht mal an dass es eine glocke ist meine glocke ist leer und meine vp 70 die habe ich ja von das aufgehoben um okay nur so ein bisschen dass ihr so wenig medizin bringt naja noch braucht man sie ja vielleicht auch so da kommt es wie bei mir auch vorsicht die schuss habe ich noch ich habe das gefühl Der verarscht uns. Ja. Das ist irgendwie an meiner Erloganie. An Simon the Sorcerer. Simon was? Oder eher an... an Die Hard 2. Thomas, ja. Simon sagt, sterben. Ja. So, jetzt mal lang. Und meine Hilden Dimmel. Bis lang. Hier hängen Poster rum, kann man sich die ausdrucken? Da steht Down. Was? Down? Da geht es Down? Da kann man ja einfach durchlaufen. Ja, ja. Vorsicht. Danke. Das hat jetzt natürlich wieder Munition gekostet. Aber es ist ja egal. Bitch. Oh, die arme Dame nicht. Die kann auch nichts dafür. Ich will einen Snack. Ich möchte einen wunderbar essen. Ich finde die so lecker. So, hier ist eine kleine Türchen. Und weiter geht's. Einfach mal draufhacken. Jo. Oh mein Kaffee wird kalt, verdammte Axt. Das musst du da lernen, Alter. Ich muss mir mal Strohhalm zulegen oder so. Guten Tag. Ich habe das Gefühl, hier liegt nichts rum. Das ist blöd. Ach, das bist du, ey. Natürlich bin ich das. Er hat doch nicht gleich vor. Sehe ich aus wie ein Zombie mit einer Mütze aufm Kopf? Ne, aber da wird eine Tatschlampe um der Ecke gefallen und ich weiß nicht, dass du das bist, könnte es ja ein Gegner sein. Ja, das ist natürlich richtig, ja. Oh, hier liegt was denn? Wieder einen Stift. So eine Scheiße. Ich habe nur mal viel Spitzer vorhin mit hier, ne? Schön. Ich bin einfach auf einer Bank rum. Da hinten kommt was angewandt. Danke. So, jetzt habe ich No Moon. Ich habe nur drei Schuss. Ich habe nur noch Zeit für ein bisschen. Wenn man so viel kommt, sollten wir vielleicht mal draufklappen, statt immer gleich, ja. Ja, aber wir sind zu dritt. Ja, es ist eine Jagdknarre. Eine Jagdknarre? Eine Jagdknarre. Eine Karabiner. Ah, Moon. Oh, der hat automatisch schon mit nachgeladen. Das ist ja toll. Oh, das freut sich, ne? Ja. Schon mal provisorisch in der Ecke haut? Na, der hängt das wieder so gut. Oh, gut. Jetzt, der so Kopf schießen muss. Äh, hallo? Okay, ich bin leer. Danke. Weg ist er. Ah, das Ziel haben sie ja auch äußerst fast... äußerst schwer gemacht. So. Ähm. Vorsicht, da ist noch was. Wah! Stub du Pies, Mama! Hallo? Oh, rag. Jetzt sind sie tot. Wenn die so... ... mann, n no, nnnln... machen sie sie im Tod. Die schreie durchgehend. Glaubst du, das kann man von dem Sterbenschrei unterscheiden? Ich kann das! Oh-oh, der ist. Loser zwei Meter nicht immer an Öltanker aber schreien und scheinen kannst du? H-E-T Guck mal rechts! Guck mal rechts! Guck mal rechts! Guck mal rechts! Das sieht so aus, wenn die da Sachen machen! Oh fuck, da ist schon mal so ein Megafie! Den werde ich damit direkt in den Kopf schießen! Mach mal! Du stehst mal direkt hier hinten steckt! Ich schieß lieber in den Tose! Ja, keine Ahnung, ob ich den treffe, du! Hast recht! Der Interieur ist das, Droid! Der Interieur? Oh mal wieder Mutation! Oh, ihr legt den Coke! Ja, kannst du aber nicht trinken! Ich hab's schon probiert! Trink den Coke mit deinem Zombie! Kommt man hier auch aus dem Scheißbus wieder raus auf die andere Seite? Da wo man rein ist? Also zack! Oh ne! Hä, jao! Hä? Hast du irgendwie? Ich hab keine Mut mehr, ich bin blöd! Oh oh, sie kommen zu uns gelaufen! Haha! Schmeck hier! Ja, super, dass wir üblich die Energie haben! Äh, die Position, ne? Ja! Hier liegt doch nix weiter rum! Voll dumm! Kann man hier vielleicht den Bus verschieben oder so? Vielleicht können wir den mit der Taschlampe beschmeißen! Oh! Äh, vielleicht kann man auch den Bus einfach nur ein bisschen starten! Ach ne! Hö! Der Fahrer hat nicht mein Lenkrad! Ah! Ein bisschen E-druck immer überall! Lalalalalalalalalalalalalala! Also Scheiben einschlagen funktioniert schon mal nicht! Ja! Das hab ich auch schon probiert! Ja! Vielleicht ne! Guten Tag! Und? Hab ich was getroffen? Ne, ne? Nein! Sicherlich nicht! Hier! Kannste doch raus! Wo? Guckt! Da hier aus dem Fenster! Wovor soll man die vielleicht noch schießen? Dann, äh, erlebt das vielleicht auch! Ja! Guckt! Guckt! Aha! Guter halt den abklamm, wa? Mach die doch erstmal klar! So! So in etwa, ja! So geht das! Oder auch nicht! So, jetzt bin ich hier wieder out of moon! Hui! Ey! Hallo! So nicht drum! So nicht! So nicht? Aha! So geht er! Ja! Ja! Jetzt sind wir erst! Ne! You got the VP 70! Ah! Cool! Aha! Ausweichen geht auch! Ne! Ach da! Diese dämliche Meldung! Dass die nicht weg geht! Das ist voll bäh! Voll Boba! Vielleicht ist hier was im Müll? Ne! So! Ich bin wieder mal out of moon! Komplett! Ja! Ich auch! Und zu einem Drittel hab ich die Energie! So! Ich hab noch ein bisschen was! Komm mal her! Ja! 75% mal! Also 75% mal! Was ist hinter mir? Oh! Oh nein! Take it! Erstmal hier auf Vollfight in Spänzen, Junge! One it? Direkt in die Pulsorder! So gehört sich das! Raekel, wie munitionenst du noch? Ja! Wie gesagt! 75% Glock! Und dann hab ich glaube ich noch ne Diegel und die VP als 70! Seit wann gibt man Munition im Prozent an wenn es keine Energiewaffe ist? Weil ich keine Ahnung habe wie viel Munition das Ding hier drin hat! Normalerweise hat 12 Schuss aber du hast ja keine Anzeige! Ja! Ja! Hast ja nur ein Magazin mit Kugeln! Deswegen! Der Bike ist zu 75% voll! Er schießt hier auf wen? Ich will mitschießen aber ich hab keine Move! Ja ich! Nur du! Irgendwo! Irgendwo! Ich renne einfach mal! Ich geh mal ein bisschen weg! Zwecks Resport! Oh man! Obwohl eigentlich müsste ich an den Typen reinrennen weil ich nehm hier auf! Mit aktuell 22 FPS! Super toll! Die Angst vor dunklen engen Räumen! Also! Ja! Hier ist alles zu! Ja! Habt ihr den jetzt schon getötet oder wie oder was? Nee! Oh! Echt was wo? Na hallo! Ich schieße direkt in den Kopf! Der fährt dich übersacken! Ja jo! Das ist so ein Final Fantasy Skill! Der kann Kugeln mit seiner Motor Kettensäge abwärmen! Weiße Bescheid! Habt ihr den jetzt oder was? Nein doch nicht! Brake direkt unter der Tramp ist noch einer! Ich will bloß nicht, dass wir hier Game Over gehen! Ja! Das wird nicht passieren! Nein! Man kann nicht sterben! Oh! Dann sag, wenn du wieder gespawnt bist! Oh! Die VPS 70 da! Die trifft echt die Arme! Kann ich ja! Ja! Sehr gut! So! Wo ist er jetzt? Oben oder unten? Und? Ich hab echt das Rambo besser! Gleich bei euch! So! Gleich bin ich da! Oh! Der wollte jetzt gleich sowas von mir noch Metzeln! Pfff! Ich krieg's mich mal! Ich hab was gefunden! Eine Taurus! Norgen was! Ist er hier unten oder unten? Ich bin hier unten! Ich habe gerade einen Revolver gefunden! Mit 6 Schuss im Heck! Geil! Wie weit unten? Seid ihr? Ganz unten! Ganz unten! Also noch eins! Ich bin hinter dir! Achso!